So, jetzt zünden wir mal die Feuerspuckerfontäne von Sonderpreisbaumarkt, testen wir die einfach mal und schauen mal. Ja, was die Teile so drauf haben. Was haben die gekostet nochmal an Sonderpreisbaumarkt? 3,79. Sonderpreis. Weltzeit hier doch. Auseinander. Guck mal, da seht ihr auch gleich den Aufbau. Schön vermufft, das ist wie eine Vierfahrponträne. Die Schweine. Die Schweine. Das ist ja fast synchron, Alter. Schmeckt. Aber ziemlich rauchstark. Also für 3,79 kriegt man aber besser. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Untertitelung des ZDF, 2020